Der Felix Burda Award 2015 in der Kategorie Engagement des Jahres geht an die Initiative Rote Hose und Petra Thomas. Ich sag's jetzt einfach, es ist für mich gar nicht so leicht, zu diesem Thema heute hier zu stehen. Nein, nein, ich stehe nicht im Mittelpunkt, darum geht es nicht, sondern es ist sehr emotional. Krebs macht Angst, Krebs macht furchtbar Angst. Und ich weiß, dass Petra mittendrin steckt. Sie hat den Kampf noch nicht geschafft, aber ich nehme das jetzt einfach vorweg. Sie werden es schaffen. Wer es schafft, so eine Initiative auf die Beine zu stellen, während er mittendrin steckt, der schafft auch das.